So, hier kommen wir schon mal auf die Boss Arena spinnen, glaube ich. Aber das wird ein Boss sein. Kannst mal schnell von raus gehen und wir fallen da auf der Brücke. Na, was ist denn da unten? Ja. Wovon jetzt? Und... Sind auch okay. Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Waren sie da unten schon? Äh, bestimmt. Kann der mich wirklich sagen? Muss halt nicht. Oder irgendeinen Ring. Ja, der ist mal langweilig. Was der fuck! Als ob das hier halt kein Geheimgang ist! Nein, der ist zu sch... Kacke Verstehung. Oder der würde von der anderen Seite keine Aussagen. Ja, vielleicht. Wo wäre denn von der anderen Seite? Von der anderen Seite wäre... Naja, wo war denn, ne? Können wir nicht sehen. Ja, hier irgendwo. Ja, hier irgendwo. Oh, ich, der bewegt sich nicht. Ja, richtig. Toll. Willst du mir jetzt nichts sagen? Oh, aber auf der anderen Seite gibt's noch einen Weg. Mhm. Hier ist auch echt nichts. Kein Gut, dann gar nichts. Sonnenlichtmedaille, hey. Oh, vielleicht kommen wir jetzt zu dem Trochenlauf. Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Oh, ja, ist ja leider. Siehst du, wie ich von dir? Oh ja. Ja, nice. Kannst du es abschießen? Schaffen. Oh, ja, bewege dich noch ein bisschen langweil, oder? Oh, die springt jetzt gleich hier oben und hier. Kippen. Nein, das kotzt dich. Es kotzt dich vor die Füße, oder? Aber ich war nicht so ganz verstanden, warum der weiße Drache verweckt ist. Jetzt bin ich klein geworden. Keine Ahnung. Das wird schon verreicht. Aber irgendwie, auf jeden Fall, sind die komische Drachen auf den Stein. Oh, scheiße. Natürlich wird es nicht drücken. Ne, wir brauchen Schäuern, oder? Ja, wir brauchen Schäuern. Leider brauchen wir Schäuern. Sollen wir nicht gucken. Erstmal mal, was hier ist. Wir wollen ja auch nicht hier alles verpassen. Oder so. Gucken wir eigentlich die Fackel nochmal. Weiß nicht, ich hab auch Fackel. Und dort. Sieht ja nie trocken. Wir brauchen eine Schäuern. Spiele. Das wäre nicht. Erinnert mich. Da steht hinten, steht ein Dood. Zweitens. Ja. Und als Bogenschützen-Dood wahrscheinlich, ja? Ja. Oh, unten. Oh, unten. Oh, unten. Ah, der ist auch super. Ich bin nicht überrascht. Eigentlich nicht. Das ist ein Sniper-Duell. Nice. Ich bin zurückgesnipert. Nice. Oh my God, damn Lord. Was man den Bulls dann gesehen hat. Oh, der andere ist nicht überrascht. Ja, komm halt mal her. Headshot. Okay. Ich glaub, da ist ein Bösen. Ja. 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 Also, ich würde ein anderes Schwerf nehmen. Oh, äh. Oh, äh. Genereide so ein Schwerf. Das ist bald so, das ist auch nicht. Meinst du? Ja. Aber den Bogen kann ich auch crazy zuschlagen, ja? Wenn das die Fähigkeit hat, ja? Ja. Mit dem anrempeln, dann geht das. Stimmt. Ach so, weil ich nur die Augen wüsste. Ich glaub, das macht auch keinen Fall. Ich will hier irgendwie nicht runterfallen, ja? Nicht? So, wo sind wir denn jetzt hier? Wo sind wir denn hier? Ähm. Hallo, nichts mehr da? Ach lol, ich dachte, das wär ein Raum, wo wir schmuckern gewesen wären. Scheiße. Ich dachte, das wär so eine, äh... Blutla. Das wär so eine... Dings gewesen. Das wär irgendwie so eine Treppe, die man... Darunter schlagen müssen. Vorsicht, wenn ich bin. Ja, okay. Okay, hier gibt's keine... Gibt's keine unsichtbaren Wände. Ich habe die ja verstanden. Irgendwie gibt's hier oben auch nix. Nein, nicht wirklich. Aber jetzt geh ich da runter und sterbe einfach. Ja, das... Was sind wir denn? Ach lol, wir sind im Gang da drüber. Das macht natürlich Sinn. Oh. Ritterring. Was ist denn der Ritterring? Gute Frage. Ist der Ritterring vielleicht mal nützlich? Nix. Den hatten wir noch eben. Ja, der war ich noch nicht. Ja, da. Erhöhlt dich der... Nice to come. Mwäh. Einfach mal erhöht die Geschicklichkeit. Hört auch mal ganz cool, ne? Wir haben nur die Geschicklichkeit leicht. Gute Augen. Ach ne. Ach ne. Ach ne. Komm' on. Ach ne, es ist so einer. Ach ne, es ist so einer. Alter. Ich will schubsen. Wo sind wir denn gegen Kinder gehandeln, oder? Das ist einfach zurückschreckend. Ja, das mit dem zurückschrecken. Manchmal schrecken die zurück und dann baue ich dann drauf und manchmal nicht. Und dann nicht drauf gebaut, dass der nicht zurückschreckt. Einen hat er nicht blockt. Ja. Crazy. Die fangen einfach an zu blocken. Das muss auch blocken. Mimic, komm! Was ist denn hier los? Ja, Mimics sind ausverkauft. Ja. Am Altar des Sonnenlichts bieten. Gelobt! Nice! Das beste Geste. Oh, wir könnten hier so ein Ding machen. Wir haben noch einen, oder? Einer haben wir. Easy. Oh, easy, whatever. Ist halt für den Eid. Nice. Das heißt, hier kann man den Eid erhöhen. Stimmt, wir hatten den Eid ja schon gefunden. Relativ früh. Ja, ich glaube aber. Okay. Das hatten wir relativ früh in diesem ersten Dorf gefunden. Aber da gab es natürlich nirgendwo die Möglichkeit das zu erhöhen. Und jetzt kam das auch hin. Und jetzt sind wir hier wieder bei uns. Ja, da haben wir auch irgendwas. Ach, hier sind wir. Ja, ja. Also. Dach ran. Das ist sowas. Oh, okay. Was? Geh verdienen. Jetzt waren wir aber immer noch nicht da unten beim Drachmann, oder? Ne, noch nicht. Ne, ne, nein. Scheiße. Kannst du da runter jumpen? An sich ja, oder? An sich ja, oder? An sich ja, oder? Ja, komm. Ja, komm. Ja, wir sehen. Da. Ne, nicht. Sind wir denn jetzt hier schon wieder? Ah ja, das macht alles keinen Sinn. Na ja, zu gucken was er gedroppt wird. Und? Und? Nice. Nice. Das hat er beschützt. Und eine kleine Dinge schon. Ja, das wärs jetzt. Na ja, ne, ne. Dann der kleine Beschützner. Ah. Was haben wir denn jetzt hier noch? Hier ist schon wieder eine Truhe. Noch. Ne, zwei. Schade, das war nämlich nicht. Ah, das war nicht mehr. Ach, nicht mehr. Uah, Kamera. Wir wollen mal den gleichen Fehler machen. Ne. Oh, dann habe ich keine Ausdauer mehr. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Hm... Das unterschört wahrscheinlich, ja? Wahrscheinlich. Kradis Astorisch, ja. Kradis Sonnenlicht, Schwerd. Braucht mal wieder Faith. Schwur du Sonnenlicht, so. Reaktor, nur preist die Sonne. Ziemlich cool. Das heißt, ich kreier Sonnenlicht, sei mal ne uralte Wuderschaft. Ja, das ist wohl wahr. Die gibt es schon seit dem ersten Teil, so. Chulian von Notwärts. Das... Wunder? Ich würde darauf tippen. Einheitlich, ne? Das heißt, wir mussten mal runterspringen, um hier hinzukommen. Ja, okay. Jetzt muss ich mal wieder springen, weil das geht hier nirgendwo raus. Ja, aber jetzt noch nur noch den Bass, oder? Ja, jetzt ist noch der Bass. Ja, aber wir haben ja halt wieder 43 blauen Seelen gesammelt. Was wäre denn jetzt mal rein überlegen? Wie wäre der schnellste Weg zum Boss jetzt? Damit... Wahrscheinlich hab ich hier... Und hier dann aber vorbeilaufen, schätze ich mal, ne? Weil... Du willst ja jetzt nicht wirklich jedes Mal den Knight hier verhalten, ne? Oh ja, nicht wirklich. Nice, nice. Brains, where you at? Where you at, bro? Da-da-da-da-da-da... Haben wir denn noch so'n Dingsi-Ring? Fassel-Ring? So'n Opferus-Ring, oder? Nein, ne? Ich glaube nicht. Wir haben uns eigentlich beim letzten Mal einen gekauft. Oh nein! Was ist das denn noch, ja? War ich hier schon drin? Hm, ne, glaub nicht. Oder? Ne? Oh, runter! Runter! Vielleicht ist das hier, wenn Sie nicht da aus der Tür rausgekommen? Was ist das? Ich bin verwirrt. Nein, vielleicht nicht. Anscheinend nicht. Alter, wie das denn denn hier? Neues Gebiet, schizy! Äh, ne, neues Gebiet würde ich heißen. Ach, hier sind wir! Oh, lol! Ähm... Ey, gut, hier müssen wir dann... Boah, Alter, das ist... Hier! Oh, mein Gott! Alter, ja, okay. Zwei Frames machen auch Spaß, hab ich gehört. Oh, mein Gott! Oder hier wieder? Oh, das ist das schnellste Weg. Zum Bus. Ja. Alter! Ohne Spaß, diese Kathedrale! Irgendwas ist in dieser Kathedrale, dass es mega hart am Längen ist. Oh, ich möchte hier nicht mehr sein. Das ist so ein Cancer. Aber auch nur auf diesem Zwischenweg, ne? Das ist echt dumm. So, ich gebe übrigens mal die 43.000. Wir müssen ja jetzt nicht jedes Mal da, wenn wir einen Boss haben, Seelen rausschmeißen. Nicht? Der ist noch ziemlich lustig, du kannst. Wir könnten uns auch dann mal so einen Seelenschutzgang kaufen. Wobei, jetzt mit dem Forster ist das eh geil. Ja. Ich hoffe, wir sind trotzdem. Alles gut. Ah, das ist vielleicht raus. Erstmal leveln, weil das ist richtig zu leveln. Ja, gut. Ich würde sagen Belastbarkeit. Wir haben so wenig Alter. Unsere Stimme ist gay wie sonstens. Cool, wir schaffen ein Level damit. Nice. Vielleicht ist da auch Deep mittlerweile zurückkehren? Läh, ist das so gut. Das wird wahrscheinlich in diesem Jahrhundert nicht werden zurückkehren. Aber wir können gucken... Weiß auch nicht. Wir können gucken, ähm... ... ob wir das Buch da noch loswerden, was wir da eben gefunden haben. Und nicht bei dir. Ne, ne, nur hier gibt's den Ring. Ich dachte, das ist das. Was sind das eigentlich für Ringe? Was sind die, die da... Na ja, wir kaufen. Nice. Be safe. Ist hier irgendwie eine Leiche? Es ist aber auch gar nichts, ne? Es ist echt... Mysteriös. Vielleicht kommt der halt auch echt erst wieder, wenn man irgendwie Lot kriegt, abgeschlossen. Boah, ich weiß halt gar nicht, was der Makrosa durchkommen soll. Gute Frage. Ich meine, dann haben wir alle, alle Fürsten wieder geholt. Ja, ja. Ja. Göttlicher Folianten. Warum sind diese Folianten eigentlich immer in Blindenschrift gehalten? Weil das nur auf der Zufall ist, weil sie nur Blindenschrift lesen wollen. Bläh. Eibliche Hache, das... Was haben wir denn jetzt hier noch? Also jetzt wissen wir natürlich nicht gesegnet. Das ist wahrscheinlich das, was die Dingsritter immer machen. Mhm. Besiegt mit der Waffe. Mal. Zauberbarriere. Okay, whatever, whatever! Puh, ist zum Früchen. I call whatever. So, jetzt probiere ich einmal den Boss und den bist du da. Okay. Bossen, ne? Kann doch nur mit einem einfacher Boss, wenn für mich. Ich weiß nicht, sonst ist er so ein großer, brenner Baum. Der letzte große Baum war nicht so schwer. Eigentlich. Der alte Baum oder was? Ja. Ja. Erstmal gecheckt, was man machen müsste. Naja. Das ist irgendwie immer so die Kategorierung. Entweder du hast einen Boss, den du einfach straight up befighten musst. Der dann in der zweiten Form stärker wird. Oder du hast einen Boss, wo du erstmal die Mechonik verstehen musst. Naja, großer Riese erstmal richtig Schaden machen. Ja, richtig. Ja, richtig viel, ne? Was ist das mit Spaß? Die hat echt irgendwelche Komplexe. Oh, will ich doch die auch nicht raus? Jetzt lächst du gleich wieder. Und Spaß, in diesem Abschnitt. Eigentlich ging's bisher... Also heute ging's bisher eigentlich noch ganz gut. Aber dieser Raum hier ist des Todes. So. Und der Aufzug ist Gott sei Dank schnell genug, damit der Ritter auch nicht hier wäre. Oh, ja. Es braucht auch 10 Lerber, Alter. Mein Gott sei Dank, er kann auch ein bisschen schneller sein. Ist halt wahrscheinlich trotzdem der schnellste Weg, ja. Ja. So, jetzt stell dir mal vor, ich lass den Aufzug oben stehen. Da musst du noch vorher den Hebel drücken, damit er runter kann. Ja, dann bin ich tot in der Zeit. Dann feitet der Ritter dich noch währenddessen. 3 3 Here we go! Moment, vielleicht liegt hier rechts und links und halten. So, Tating Geeker mit einem Hit oder so? Nee. Krachenpöter, Rüstung. Help. Das ist nur noch... Oh, war das nicht? Was ist das denn? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mit einem Oh, 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 oh. Nein, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der Browser will diese Waffe haben, ähm. Äh? Was denn? Von dem du, oder was? Das war wohl... Oh, 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 oh. ... genieέρ, dieser Schilder? Der ist ja mehr mit dem Schild am schlagen, als mit dem fucking Daffel. Das hat mich gerade voll verhört. Ich war voll auf dieses große Fisch. Ja, richtig. Und da kann man so ein kleines... Also als würde ich so rüsten. Das ist ein fucking Baum, Alter. War auch leicht verwirrt. Das war das Drachentöter-Rüstung, oder so? Vielleicht hat der ja den ganzen Drachen hier die Schuppen von der Haut abgeschlagen. Wir sehen ja diese komischen Baum- und Drachen-Skelett-Dinger da. Vielleicht ist es halt wirklich nur das Skelett. Da hat die Gehäuse und die leben weiter, weil die verflucht sind oder irgendein Scheiß. Keine Ahnung! Dark Souls! Das war gerade Sinn, in Dark Souls reinzureden. Der Raum ist echt das Todes. Ich hab heute echt getriffst, oder? Boah! Jung! Nice! Was hast du denn vorgegessen, Alter? Äh, was Gutes. Nom nom nom! Gewicht mit Alkohol! Das ist widerlich. Prost! Zum Glück sei, dass es noch kein großes Video gibt. Oh mein Gott! Alter! Spielt er das? Der ganze Abstand. Natürlich ist so eine Säule im Spiel. Einfach... Es sieht legit so aus, wie der Adapter fucking große Dings ist. Ja, der fliegt da dann weg. Wahrscheinlich kommt der gleich wieder dann. Halten. Ja, das ist auch irgendeine Fähigkeit. Der ist aber... also gefühlt ist der schon nicht so schnell. Okay. Oh, ich hab verkannt was es ist. Okay. Ich dabel mal nicht so gut. Ich dabel mal nicht so gut. Ich dabel mal nicht so gut. Ja! Ja, mach die ganze Rücken kaputt. Meinst du, der kann auch einfach runterfahren? Was? Der kommt aus dem Drachengericht wie der Hochreiter. Leute, die hab ich nicht getroffen. Und das ging das Schiff raus. Was ist das denn? Okay. 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 Das war ziemlich ungeil. Okay. Okay. Das war riesig. Ich geb das Ding. Der hat auch wieder zu schiffen oder auf den Boden. Das schiff ist echt zu groß. Was gefuck. Der hat sich dann auch wieder zu schiffen oder auf dem Boden. Der tut auch nicht laut werden, ey. Oh, mein Gott, ey. Okay. 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 Das ist ja okay. Können wir wahrscheinlich schon gut sein, dass der Halki noch mit dem Schill zuschlägt. Ja. Oh, okay. Schade, das ist nicht. Ah, das ist jetzt die zweite Fall? Ich glaub doch nicht. Ich glaub das war irgendwie nur... Ich weiß nicht, die Attack macht's aber neu. Scheide, das ist halt vormislade. Das ging auf die Zweihändig und macht noch mehr Schaden. Fick mich an den Arsch, wenn ich dich treffe. Ich bleib befeuert! Ah! Hilfe, scheiß Drachen! Ah, das ist der Drachen. Okay, das sind zweite Vorraum. Okay, dieses Schild ist retarded, Alter. Oh, scha- oh mein Gott! Vielleicht müssen wir euch spielen. Ah, ich seh, wie ich nicht bin. Und zwar. Oh, Panic-Rolland! Okay! So, Panic-Rolland! 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 Dieser Sprenner-Fiecht, wahrscheinlich, Alter. Gut. Krass, der macht soviel auch. Ah, das ist unfair. Das sieht man auch nicht aus. Das sieht noch okay aus. Also, ich fand die Dings heavier, die Tänzerin. Das war ne Hure. Genau, sieh voran, oder? Hässchen Kathedralen Spacko, ey! Nein! Ja, das ist würdlich.